Hemlock. Ja gib mir mit. Nimm mich doch zu gerne. Was ist das denn jetzt hier? Ah, ein Tick. Bäm. Ich will die ganze Zeit in diese Zeit zurückreisen ey. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht es da runter? Maximal der Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Hinterstellasen. Wie tief? Ich bin tot. Du brauchst dich weiterlegen. Ja, was auch immer bitte. Bin wieder da. Kannst weiterreden. Okay. Was zum Fing ist das jetzt hier? Ja. Bitte. Danke. Tschüss. Werkzeug in 30 Meter beurteilt. Huiiii. Das musste jetzt mal sein. Danke. Pilot, an der zentralen Turbine gibt es wohl einen Überbrückungsschalter. Okay. Huiiii. Sau cool, Alter. Was wir überlegt haben, ist echt mega, Alter. Ja, uhu. Bam. Entende Sicherheitseinheiten. So, dann Sicherheits-Einheiten für den Arsch. Okay. 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 Jetzt können wir die Energieversorgung reakticieren und den Sender starten. Du kommst gerade richtig Cooperic haben alles pure verkabelt jetzt brauchen wir nur noch Strom п wise die Aktien vielцев die defenders vielbinden das elektro trorba die Mühe wert Koopa. Schau's doch. Bin gleich wieder da. Vorsicht. Hohe Strahlungswerte auf 12 Uhr. Ihr Anzug schützt Sie in der Kamera nur für begrenzte Zeit. Sie sollten sich beeilen. Sie sollten nicht so lange da drin bleiben, wenn Sie nicht gegrillt werden wollen. Öffne die Luke in 3, 2, 1, los! Wo muss ich hin? Energie bei 100%. Sie sollten die Kamera umgehen, verlassen. Gute Arbeit. Wir haben wieder Strom. Okay, wir haben wieder Strom. Blenden öffnen. Bringen wir den Sender zum Laufen. Öffne Blenden. Diagnose Energie 100%. Zielerfassung zurücksetzen. Zielerfassungsmodul wird zugegeben. Aber stimmt nicht. 60%. 50%. 80%. 20%. Warnung. Fehler. Notwahl abschalten. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Käpt'n, das Uplink-Zielerfassungsmodul ist offline. Verdammt, wette die IMC ist schon unterwegs. Davon sollten wir ausgehen. McCord, können wir das Modul überbrücken? Nein, Sir. Nicht ohne der gesamten IMC-Flotte eine Nachricht zu schicken. Dann müssen wir das Modul manuell reparieren. Pilot, Ihre Fähigkeiten sind befragt. Ich hoffe, Sie mögen Höllentrifts, Pilot. Sie müssen den Sender vor Ort reparieren und so schnell es geht, wir hier zurückkehren. Oh. 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 Ich bin nicht viel und ich bin nicht gut. Warte, was? Ne. Ich habe ein gefallender Pilot geordnet. Laut meiner Speicherbank hat er sich im Rahmen der Operation Fracture als hervorragender Kämpfer bewährt. Fracture? Kommt mir bekannt vor. Laut meiner Daten wurden sie während der Operation verletzt und haben ihr Bedächtnis verloren. Fracture war eine Betankungsoperation und einer ihrer ersten Einsätze als Schütze. Ich bin nicht so schnell. Funktionsfähiges Uplink-Zielerfassungsmodul geortet. 428 Meter Nord-Est. Ja, genau. Meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wenn Sie gestatten? Das war ein Witz letztens. Geht das wirklich gut? Erfolgschance 68. Na gut, dann. Lass knatter, Junge. Wind drei Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Ey, 87. Hm. Mist und Endlichkeit und auf viel weiter. Wuhu. Ich bin dran. Guter Buch. Gern geschehen, Pilot. Viel Glück da drüben. Richter, hier ist Flisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Flisk, out. Von der Sicherheitskräfte. Richter hier. Zum Sender. Los. Bitte, Sie sind hier. Sofort. Lasst mich nicht hängen. Verstanden. Solo 1, Kilo 1, Vorrücken. Alpha 2 setzen Sie Soldaten ab. Schnell. Ich will doch nicht hier lang. Nein. Da hinten waren zwei Masten. Also zwei Helme. Abgepupst. Richter, hier ist Flisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Flisk, out. Von der Sicherheitskräfte. Richter hier. Zum Sender. Los. Bitte, Sie sind hier. Sofort. Lasst mich nicht hängen. Verstanden. Solo 1, Kilo 1, Vorrücken. Alpha 2 setzen Sie Soldaten ab. Schnell. Ich bin tot. Verladen Sie noch eins. Sehr abwechslungsreiche Missionen hier, finde ich. Ich frage jetzt nur, wo... Ja, das ist ja wie unschön, aber... Habe ich doch keine Ahnung, was ich da langen soll. Ich frage jetzt mal. Ich frage jetzt nur... Wo soll ich hin? Ich frage jetzt nur, wo muss ich hin? Und ich frage jetzt mal ein Eis. Ich frage jetzt nur. Ich frage jetzt nur, wo čo ich hörbe. Ich frage jetzt.